Der wird jetzt von zwei Cheatern auf einmal auseinander genommen. Ah, der Arme, der Arme. Jetzt nehmen wir nochmal den Longjump in Aktion. Alter! Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mal auf dem Yartex Network Server, wo das neue Anti-Cheat Sparky drauf ist. Und der Aqua Client hat ein paar sehr, sehr geile Bypasses für diesen Server. Unter anderem einen insane schnellen Longjump, mit dem man über die komplette Map springen kann. Mit dabei ist auch Lukas, der eine Dev des Clients. Und wir haben jetzt auch ein IRC eingebaut im Client, wie man sehen kann. Man kann jetzt auch schauen, wo die anderen Leute sind mit IRC-List und so weiter. Also wir haben jetzt ein vollständiges IRC, auch mit Client-Friends-Modul drin im Client. Genau, hier Client-Friends ist auch gerade an. Das heißt, wenn ich jetzt Klaura anmache, dann hätte ich ihn nicht. Ne, das war gerade nur ein kurzer Hint. Ebenfalls gibt es jetzt auch animierte, schöne Aqua Capes. Es gibt jetzt ein eigenes Aqua Design endlich. Und ich würde sagen, wir zeigen euch dann mal in einer Runde Solo Skywars auf dem Yartex Server, wie das Ganze hier funktioniert. Spoiler Alert! Es funktioniert sehr, sehr, sehr geil. Also viel Spaß mit dem Video. So, erste Runde. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen Vertical Clip, also V-Clip. Man kann sich also durch die Barriere... Der Long Jump braucht Damage. Das heißt, ihr könnt euch entweder mit Eiern abwerfen oder einfach Fall Damage geben. Das geht immer am schnellsten. Das zeige ich euch jetzt direkt mal. Ihr springt runter, macht euren Long Jump an. Ja, okay, das ging jetzt nicht so weit. Aber ihr macht es jetzt hier auch nochmal. Ja, tschau, ne? Alter, dieser Long Jump ist wirklich geil. Und der geht halt auch wirklich richtig schnell. Der ist jetzt bei mir richtig langsam eingestellt. Einfach, weil er sonst zu insane ist. Und der Server ist auch generell ziemlich geil, weil er ist unter anderem ein Cracked Server. Und er hat auch nur einen 1-Stunden-Bann, wenn man detectet wird, dass man cheatet. Und ich zeige euch jetzt nochmal den Long Jump. Ja, da ist auch schon der andere Aqua User. Und die Kill Aura ist auch sehr, sehr geil. Ich wollte auch noch gerade sagen, was auch sehr geil ist an dem Server, ist, dass es ein Reverse Velocity gibt. Also, beziehungsweise eigentlich an dem Anti-Cheat ist es sehr geil. Reverse Velocity ist halt wirklich eine geile Sache, die ich sehr vermisst habe von früher. Ich hole mir mal den hier, während sich Lukas die anderen holt. Ihr könnt euch auch mit dem Bogen selber ein Knockback geben. Ja, genau, der ist jetzt auch weg. Bam. Moin. Da hinten ist noch einer tatsächlich. Dann holen wir uns nochmal den. Dieser Long Jump. Mann, jetzt nimmt der hier meine ganzen Kills weg. Ich habe schon lange kein Video mehr mit anderen Cheatern gemacht. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Alter. Der wird jetzt von zwei Cheatern auf einmal auseinandergenommen. Ah, der Arme. Der Arme. Dann holen wir uns mal die letzten Spieler hier und am Ende müssen wir dann noch für einen HVH machen, was sehr wahrscheinlich ich gewinnen werde, weil ich einfach ein viel, viel besseres Internet habe. Ja, mal gucken. Ja, das sind nur noch wir beiden. Äh, ist er jetzt geläftet? Ja, ich glaube, er ist geläftet und hat mich gewinnen lassen. Oder er ist ausgetimt. Wir machen dann einfach noch eine Runde. Ihr seht, das ist sehr, sehr, sehr witzig. Joa, nächste Runde. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr witzig auf diesem Server. Also, falls ihr Aqua habt, ähm, dann, ähm, geht gerne auf diesen Server. Falls ihr ihn noch nicht habt, ihr könnt Aqua jetzt auch wieder mit Paypal kaufen. Ging jetzt eine Zeit lang nicht, weil man kennt Paypal. Paypal ist ein ziemlicher Drecksverein. Ähm, genau. Nächste Runde. Und, ja, der Client ist wirklich sehr, sehr geil für 15 Euro. Ich weiß, ich sage es oft gerade in den Videos. Ähm, ja. Peter Update habe ich ja schon angekündigt gehabt. Ähm, kommt auch sehr, sehr bald. Es hat jetzt eine Verzögerung. Ganz einfach, weil der Dev krank war. Im Moment sind ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute krank. Und, ähm, der Dev ist da keine Ausnahme. Deswegen verzögert sich das Ganze Update ein bisschen. Aber sollte eigentlich heute oder morgen rauskommen. Ähm, dann kommt natürlich auch schnell wieder ein PETA-Video. Das, äh, wird auch sehr, sehr schön werden. Denn, ja. Hier ist auch schon LCA wieder. So. Alter. Die armen Leute. Die armen Leute. Der noch Typ, der Typ ist ja noch drin. Ey, 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 der arme. Der arme. Ich glaube ja, dass wir uns teilweise selber schlagen. Also, ja. Wir schlagen uns gegenseitig. Hm. Ich würde sagen, äh, da ich jetzt schon tot bin, spectate mir nochmal schnell den anderen, äh, Aqua-User. Ähm, das könnt ihr auch alles selber machen. Äh, ihr könnt einfach joinen, slash partyinvite. Ich zeig's euch mal den Comment, slash partyinvite, add, und dann den IRC-Namen von eurem Freund. Ähm, einfach add LCA habe ich jetzt gemacht. Und dadurch wurde er mit seinem In-Game-Namen, äh, alter, alter. Äh, dieser Long Jump ist schön. Ähm, ja. Dadurch wird einfach der andere Spieler mit seinem In-Game-Namen direkt in die Party eingeladen. Und ja, ich hoffe mal, der Kollege gewinnt das jetzt hier. Das muss er ja eigentlich, sein Client. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn er das gewinnt. Jetzt nehmen wir nochmal den Long Jump in Aktion. Haha. Alter. So, das war auch, glaube ich, schon der letzte Spieler. Okay, dann machen wir mal noch eine Runde. So, nächste Runde geht los. Und, ähm, das Ganze geht auch genau so in Bad Wars durch. In Bad Wars kann man den Long Jump dann einfach noch viel höher einstellen. Und dann kann man auch wirklich riesige Distanzen überbrücken. Und für den Preis von diesem Client ist das alles auch sehr, sehr, sehr geil. So, gehen wir mal zum Nachbarn. Bam. Alter. Alter. Ähm, das Reverse Velocity konnte ich jetzt noch gar nicht so viel zeigen. Finde ich aber, ey, Kollege. Finde ich aber sehr, sehr geil. Also Reverse Velocity ist eine sehr, sehr geile Sache. Ja, okay, jetzt sind wir auch in der Mitte. Dann holen wir uns mal die nächsten Spieler, würde ich sagen. Der ist hier gerade schön am Looten. Und, ja. Ich werde halt auch gar nicht so viel gehittet. Deswegen kann ich euch das Reverse Velocity gar nicht so gut zeigen. Ähm, ja. Es gibt auch ein Update von meiner Grafikkarte. Das war ja im letzten Video, habe ich das ja angesprochen. Ähm, dass ich eine neue Grafikkarte brauche. Und, ja. Es ist geschehen. Ich habe mir jetzt eine RTX 360 Ti geholt. Ähm, und die Karte ist auf jeden Fall so viel besser als meine 1060 davor. Ähm, ja. Das ist ein riesiger Unterschied. Und, ja. Ey. Tower geht hier tatsächlich auch ziemlich, ziemlich schnell durch. Buh. Buh. So, da ist der letzte Spieler. Moin. Moin Kollege. Ich glaube, das kannst du nicht gewinnen. Alter. Das geht so gut durch hier. So, dann machen wir mal noch eine Runde hinterher. Und, ähm, falls ihr Bock habt, dass wir mal wieder wie früher ein Video machen, wo wir so mit, ähm, 10 Cheatern, die alle den Aqua Client haben, in eine Bad Wars Runde auf Yatex oder Pika Network gehen. Und, dann komplett alle auseinander nehmen. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber, ich denke mal, das wird bald kommen als Video. So, dann gehen wir mal zum Nachbarn rüber. Beziehungsweise, wir gehen mal bis in die Mitte. Weil, da ist gerade der Spieler. Oh, ich hatte Kill Aura nicht an. Perfekt. So, da ist auch schon wieder Lukas. Ähm, ja. Dann gehen wir mal in die Mitte, würde ich sagen. Bam. Hahaha. Alter. Das ist wirklich insane. Ähm, ja. Der hat scheinbar noch eine Enderperle. Ripp. Äh, dann folgen wir ihm mal. Ich habe leider, ach, ich habe sogar noch Blöcke. Ähm, weshalb ich ihm tatsächlich... Nein! Hahaha. Ja, also ihr müsst ein bisschen aufpassen mit dem Long Jump. Aber, wie immer ist LCA noch da. Also der Client Entwickler. Und den beobachten wir jetzt mal beim Beenden dieses Games. Es gibt noch zwei Player übrig. Genau, zu meiner Grafikkarte wollte ich nochmal sagen, ähm, ich habe jetzt deutlich mehr FPS. Und meine Videos sind jetzt auch in 1440p. Das heißt, ähm, ja. Die Videos sind jetzt, äh, schöner anzuschauen. Und, ähm, genau. Auf jeden Fall sind auch meine Games jetzt viel flüssiger. Weil meine 1060 war schon eine sehr, sehr, sehr alte Grafikkarte. Grafikkarte. Ja, okay. Der Long Jump. Hahaha. Alter, was ist das denn für ein Dude? Ja, okay, der ist ja der AfK, ne? Aber, haha. Perfekt. Dann mal die nächste Runde. So, willkommen zur nächsten Runde. Und, ähm, ich habe tatsächlich immer mehr Bock, wieder so ein Video zu machen. Wo wir wirklich 10 Leute sind und, ähm, alle in einer Party sind. Und alle im ERC sind mit kleinen Friends. Also, ähm, ja. Ich hoffe mal, wir können jetzt auch mal wieder ein HVH machen hier am Ende. Ähm, ich schreibe ihm das mal schnell, glaube ich. So, ich habe ihm jetzt mal geschrieben, dass ich Bock auf HVH am Ende hätte. Dann gehen wir mal zum Kollegen hier rüber. Alter, alter. Ja, ein diagonal Scaffield Walk geht auch durch. Der Scaffield ist halt einfach nicht so schnell insgesamt. Ähm, dafür geht er halt diagonal durch. Und ihr habt halt auch einfach einen Long Jump. Also, ihr braucht den einfach auch gar nicht. Ähm, da ist schon wieder der LCA. Dann holen wir uns mal den hier. Eieiei. Ja, es gibt leider auch keinen schnellen Speed. Also, jeder Server hat so seine Nachteile. So, da oben haben wir endlich mal wieder einen Spieler. Und tatsächlich zwei Spieler. Oh Gott, das wird eng hier. Das wird richtig eng. Nein, I don't wanna die, please. Ja, okay, da. Den sollte ich bekommen. Ja, da ist der auch tot. Äh, wie viele Spieler haben wir denn noch? Ja, jetzt sind wir nur noch wir beide da. Ich wollte HVH machen. Das war aber ein episches Ende. Also, einfach ins Nichts abgeschossen. Äh, ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, join einfach mal dem Yartex Network Server oder Pika Network Server. Da könnt ihr wirklich, wirklich gut cheaten gerade. Also, falls ihr ein bisschen Spaß haben wollt, dann join einfach mal einem dieser Server mit dem Aqua Client. 15 Euro bei mir im Shop Lifetime. Ja, eigentlich ein sehr, sehr billiger Client für das, was ihr hier bekommt, wie ihr gerade in diesem Video gesehen habt. Wenn man das mal mit anderen Clients vergleicht, ähm, die teilweise nicht so gute Bypasses auf diesen Servern haben. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.